Hast du für diese Scheiße 200.000 Euro bezahlt? Unter den weißen Wolken fällt der Schnee. Man sieht weder die Wolken, noch den Schnee, noch die Kälte, noch den weißen Glanz des Bodens. Ein einzelner Mann gleitet auf Schieren dahin. Der Schnee fällt, fällt, bis der Mann verschwindet und seine Unruhsichtigkeit wiederfindet. Aber das heißt, wenn es ihm Spaß macht, dann sollte ich es nicht bestellen, wenn es ihm Spaß macht. Man verlangt niemand anderem damit schade. Aber es schadet anderen. Ich fühle mich in meiner Wurke gestört. Versucht doch nicht immer die Dinge zu nivellieren, Yvonne. Was ich ihm vorwerfe, ist der Ton, ist seine Selbstgefälligkeit, ist sein mangelnder Takt. Ich werfe ihm seine Rücksichtslosigkeit vor. Mein Freund Serge hat sich ein Bild gekauft. Ein Gemälde von etwa 1,60 Meter auf 1,20 Meter. Ganz in Weiß. Ganz in Weiß. Nicht in Weiß. Untertitelung des ZDF, 2020